Mein Name ist Tom Zielke, ich bin Geschäftsführer der Batzke MbH. Seit mehr als 25 Jahren bin ich in zweiter Generation in der Bauwerkserhaltung tätig. Wir sind ein Bautenschutzfachbetrieb und haben uns auf die Abdichtung von Kellerwänden, Außenwänden, Mauerwerkstrockenlegungen, Balkone und Terrassen spezialisiert. Bei der Ursachenermittlung von Feuchte- und Schimmelschäden setzen wir angepasste Messtechnik ein und beraten unsere Kunden, um eine zielorientierte Lösung zu finden. Nach Auswertung der Messergebnisse und Berücksichtigung individueller finanzieller und baulicher Aspekte erstellen wir ein persönlich zugeschnittenes Angebot. Für die Mauerwerkstrockenlegung bieten wir verschiedene Verfahren an. Zum einen das Mauer-Säge-Verfahren, das Bohrlochinjektionsverfahren und das Edelstahlverfahren, bei dem Edelstahlbleche in die Wand eingetrieben werden. Ergänzend sind wir auch an Kirchen, Wohn- und Geschäftshäusern, Ingenieursbauten und bei Landwirtschaftsbetrieben tätig. Unsere Zielsetzung ist ein zufriedenstellendes und dauerhaftes Ergebnis für den Kunden.